2,8 Milliarden Menschen haben noch nie die christliche Botschaft gehört. Das sagte der neue Direktor des Hilfs- und Missionswerks Operation Mobilisation in Deutschland, Doron Lukard, bei seiner Amtseinführung. Der 28-jährige Lukard folgt auf John Walzer, der das Werk vier Jahre geleitet hat. Die Aufgabe, ihnen die gute Nachricht von Jesus Christus zu bringen, könne OM nicht allein bewältigen. Nur gemeinsam mit anderen Werken sowie Gemeinden in Deutschland und weltweit können wir es allen Menschen ermöglichen, das Evangelium zu hören. Der Deutsche Zweig gehört zur Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Mission und zum Netzwerk M. Er hat seinen Sitz im badischen Moosbach und betreut rund 250 Mitarbeiter. OM hat weltweit rund 3.200 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich Evangelisation, Gemeindegründung, Entwicklungszusammenarbeit, Soziale Gerechtigkeit sowie Training und Mentoring. Rund 750 junge Christen nahmen vom 18. bis 22. April an der Studicon in Aschaffenburg teil. Die Teilnehmer der Studentenkonferenz der SMD befassten sich mit Propheten des Alten Testaments. Insbesondere das Buch Jesaja diente als Vorlage, um Zusammenhänge zwischen Altem und Neuem Testament besser zu verstehen. Hauptreferent der Konferenz war Timothy Geddit, Professor für Neues Testament am Fresno-Pacific University Biblical Seminary in Kalifornien. Seiner Meinung nach finden sich schon im Alten Testament Hinweise auf Jesus Christus. Das Alte Testament berichtet, wie Gott immer wieder und unterschiedlicherweise eingreift, um die Welt zu retten und auch verspricht, eines Tages kommt Gott selbst, um die Welt zu retten. Als Jesus kam, behauptete er, er war die Erfüllung. Er bringt das alles in Erfüllung, was Gott versprochen hatte. Aber wie er es gemacht hat, das war nicht, wie viele erwarteten. Und die haben ihn deswegen abgelehnt, viele davon, haben ihn getötet. Und was ist dann die Auferstehung? Das ist die Bestätigung von Gott. Jesus hat tatsächlich seinen Auftrag erfüllt, er hat das Alte Testament richtig gedeutet und gleichzeitig ist die Auferstehung der Anfang der neuen Schöpfung, die Gott versprochen hatte. Auch Gernot Spies, Generalsekretär der SMD, sieht in Jesus das Bindeglied zwischen Altem und Neuem Testament. Er ist seiner Meinung nach der Schlüssel zum Verständnis der Bibel. Dann komme ich in der Regel immer auf Jesus Christus zu sprechen. Das ist das letzte und entscheidende Wort Gottes. Und die ersten Christen haben von Jesus her ihre Bibel, das Alte Testament gelesen und dann die Spuren darin entdeckt, um Jesus zu deuten und zu verstehen. In Jesus Christus hat Gott sein letztes, gültiges Wort gesagt und sein Gesicht gezeigt. Und von diesem Bild, das Gott uns da gibt, kann ich die ganze Bibel auch in ihren dunklen Stellen verstehen. Die SMD ist ein Netzwerk von Christen in Schule, Hochschule und Beruf mit Sitz in Marburg. Zur SMD gehören Hochschulgruppen in fast 80 Städten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020